Dieses Video wird euch präsentiert von PKPro und GamesIsland. Die typischerweise nicht dabei sind, einer vor allem. Und dementsprechend wollen wir heute über Age of Sigmar sprechen. Und ihr wisst es, es war unser Turnier, das Age of Hiltdown 5. Es war ein fantastisches Turnier. Und wir wollen heute mit den Teams, nicht mit dem Team Standtisch, sondern mit den beiden Teams, mit denen wir auch in der Age of Sigmar Liga spielen, über die Leistungen im Turnier sprechen, über Erwartungen, über vielleicht gebrochene Herzen, über Drama, über Gossip oder über neue Freundschaften, die geschlossen wurden, keine Ahnung. Und mit mir dabei ist der Team-Captain. Er ist El Capitan vom Team Schlappenknappen 2, das ist Michael. Ja, moin. Ja, moin. Und mit mir dabei ist der Mann, der wahrscheinlich die meisten Leute an der Platte immer zum Gruseln bringt. Er ist der Schrecken der Midtables. Er ist mit seinen Geistern auch dafür bekannt, dass seine Pläne vielleicht immer nicht ganz so undurchlässig sind, wie er es gerne hätte. Und dementsprechend haben wir ihn heute eingeladen, damit er euch auch hier das nackte Grauen erzählen kann, mit seiner Liste. Er ist unser Nighthorn-Spieler. Ich entschuldige mich jetzt schon für ihn. Es ist Ole. Moin. Moin. Nur ganz kurz, damit ihr alles wisst, ne? Jan ist übrigens El Capitano aus Team 1. True. True. Mein Team, also ... Eigentlich solltest du mich unterstützen hier. Tue ich ja auch. Ich bin am Ende der, der das One Piece finden wird. Auch nicht. Ja, wir wollen heute über das Age of Hilton sprechen. Bevor wir das aber tun, ihr kennt die Tradition, wir haben einen neuen Gast. Das heißt, Ole muss sich einmal vorstellen und die quasi einmal blank ziehen, warum er sich für Nighthorn entschieden hat, unter anderem. Von daher, Ole, erst mal ... Nee, oh Gott, bevor wir anfangen, bevor ich wieder geflamed werde in den Kommentaren. Was trinken wir? Ich fange mal heute ungeniert an, weil ich bin ein Einzelkind. Ich habe von ... Ah, du auch? Willkommen im Club. Dann können wir gleich unsere Monokel gegenseitig richten. Ich habe eine Bionade Naturtrübe Orange dabei und ich muss euch sagen, ich hasse es. Ich habe gedacht, es ist eine Fanta mit weniger Zucker. Nee, ist es nicht. Nee. Also, Bionade Blutorange war geil, die liebe ich, aber Naturtrübe Orange ist nicht meins. Sag ich, wie es ist. So, jetzt müsst ihr das retten, Ole. Äh, ja, also als anderes Einzelkind fange ich dann auch mal an. Ähm, ich trinke heute Active O2 Orange Zitrone. Mhm, 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 mhm. Von Adel Holzner. Ich habe ... Oh, von Adel Holzner. Oh, 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 ja. Der Freunde, hä? Hm. Micha, kannst du da mithalten? Äh, nein, aber ich bin, äh, ganz fancy mit meinem fancy, äh, Elfengetränk. Ich trinke wieder ein schönes Mineralwasser vom Auenwald. Oh, vom Auenwald. Ist das nicht, ist das nicht diese, diese leicht runtergekommene Nachbarschaft vom Auenland? Tja, vielleicht. Aber, oi. Apropos, ja. Ähm, ja, Ole, wer bist du, wo kommst du her und, äh, warum hast du schon so einen schönen norddeutschen Akzent hier und da fühle ich, da fühle ich mich ja fast heimisch, du. Ja, ne. Äh, ja, also, ich bin Ole, 20 Jahre jung. Ähm, und ... Hm, hm, hm. Hm? Du hattest Geburtstag? Ja. Wann das denn? Äh, vor einem halben Jahr. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Scheiße, ich dachte immer noch, du bist 19. Nee. Okay, weitermachen. Ja, äh, so gut kennen wir uns untereinander. Ähm, also, ja, hab das Hobby jetzt auch seit, ja, bisschen über zwei Jahren, glaube ich, angefangen. Also, so Anfang 22. Äh, äh, dabei hab ich noch mit 40k geschartet. Death Guard for Life. Ähm. Hust! Ja. Drecks Armee. Ich wollt grad sagen, so ein Höh! Jan, du spielst auch Nörgel, du musst eigentlich auf meiner Seite sein. Ja. Beim Thema Captain Team 1. Väter, 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 Väterchens Gaben sind vielseitig. Äh, ja. Dann habe ich irgendwann den Umbruch zu Age of Sigmar gemacht. Ich glaube, das war auch Anfang 23, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe dort auch direkt angefangen, die schönste Armee von allen zu sammeln. Andere mögen mich dafür vielleicht haten, aber ist mir egal. Und zwar die schönen Nighthaunt, die alle natürlich sehr unterschiedlich aussehen und noch niemals verwechselt auf dem Tisch. Auch nicht von mir. Nur Fireslayer sind abwechslungsreicher. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen für die Armee entschieden, denn anfangs war natürlich mein Grundgedanke erstmal Maggotkin auf Nurgle. Aber ich wollte nicht nochmal Chaos sammeln. Und du hast dich für Nighthaunt entschieden? Also bitte. Ja. Okay, mach weiter. Maggotkin stehen aber definitiv noch irgendwann auf dem Plan. Und ja, dann halt auch mit der neuen Edition, da habe ich mich dann an die Stormcast mit herangetraut. Vor allem auch wegen dem Stormbringer Magazin. Für die neue Edition, da habe ich mir dann auch mit einem Freund die Box geteilt. Er nimmt den Skaventail und ich die Stormcast. Von daher hat das auch ganz gut gepasst. Und nicht mehr bald. Und dann bin ich auch mit meiner Stormcast-Armee auch auf ein paar Turnieren. Spoiler-Alarm. Ja, nice. Ja, ich habe dich kennengelernt, dass du glaube ich das erste Mal, das war ja, man muss dazu sagen, wir kennen uns aus dem Studentenheim-Keller. Das klingt jetzt so richtig nach irgendwie Untergrund-Fight-Club, aber... Das hört sich falsch an. Wir haben quasi außerhalb des Vereins, ihr seid ja jetzt fast alle, fast alle, ich glaube nur Nico fehlt. Und Sören, ihr seid sonst alle Vereinsmitglieder inzwischen. Nee, ich auch nicht. Du bist doch kein Vereinsmitglied, natürlich bist du Vereinsmitglied oder nicht? Ich bin kein Vereinsmitglied. Was? Ja, ich dachte... Beim Team Käpt'n 1, Käpt'n 2, meine sind alle übrigens im Verein. Ulle, ich dachte... Christian doch nicht, oder? Christian ist. Echt? Ja, ja, Christian ist bestimmt schon seit vier oder fünf Monaten Mitglied. Oh Gott. Alter, was ist denn da los? Was ist denn da los? Der Käpt'n, ich sag's immer wieder. Ja. Ja, Stefan, ich weiß, du hörst dir den eh nicht an, aber falls doch, ups. Wir sind dran. Ja, nee, aber genau, dadurch weiß ich das auch. Also es war so ungefähr 23, wo du mit Age of Sigmar angefangen hast. Das war nämlich gerade, wo das General Sandbook dann kurz vorm Wechsel stand. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass wir die ersten Spiele mit dem alten General Sandbook noch gemacht haben und dann kam irgendwann der Switch. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, das erste Spiel, was wir, glaube ich, gehabt hatten in Age of Sigmar, das waren zwei gegen zwei. Du mit Head of Knights und Christian mit Osiak. Ja, stimmt. Und ich mit halt Nighthorn und mein Freund Alex mit... Mit Scarin. Habe ich da nicht Ogre gespielt? Ich glaube, ich habe Ogre gespielt. Nee, da hattest du Head of Knights, weil ich kann mich noch gut an diese Bogenschützen erinnern. Ja, stimmt. Wo ich immer, na, möchtest du einen Würfel? Na. Und irgendwann so, hm. Beste Fähigkeit in ganz Age of Sigmar. Ex. Ja. Ja, ja, leider. Und da hat Christian so gut gewürfelt, dass du eigentlich noch nicht mal hättest spielen müssen. Ich erinnere mich, ja. Stimmt. Und ich habe kein meiner 4 plus Save geschafft. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Super erste Erfahrung. Gut, konnte jetzt auch keiner wissen, dass Christian so OP war zu dem Zeitpunkt. Aber, ja, was soll ich sagen? War ein gutes Spiel. Und es ist ja scheinbar alles hängen geblieben. Also so abgeschreckt kannst du ja nicht gewesen sein. Ich bin der besten Armee. Nee, ja, super. Genau. Dann haben wir den Teil abgehakt, jetzt würde ich sagen. Dann kenne ich die Leute jetzt ein bisschen besser. Äh. Genau, kommen wir zum Age of Hilton. Und wir springen ins Jahr 2024. Fast forward. Und, äh, unser Turnier steht an. Das war jetzt das erste Turnier, äh, Michael, was wir mit dem neuen, äh, General Sandbook oder überhaupt mit der neuen Edition gemacht haben. Es war ja zwischenzeitlich was anderes geplant, dass er dann leider baden gegangen ist. Was war das? Du meinst doch nicht unser, äh. Doch. Unser schönes, äh, Teamturnier. Ja, genau. Ach, Spearhead dort. Oder? Nee. Ja, ja, genau. Unser, äh, Spearhead-Teamturnier. Äh, und ich hatte gedacht, dass Michael jetzt einfach mal kurz ausholt, was wir da hätten machen wollen. Aber er sagt einfach nö. Und will weitergehen. Ausgefallen. Ähm, das war zumindest Anwendung. Von daher, ähm, hatten wir eigentlich, also geplant war, dass wir, äh, nach der vierten Edition zu Beginn ein Spearhead-Turnier machen mit, äh, Teamformat. Da heißt es zwei gegen zwei, aber, ähm, also entweder war der Team so scheiße gelegt, dass, äh, einfach keiner Zeit hatte. Oder die Leute hatten einfach keine Lust aufs Behead zwei gegen zwei. Also von daher haben wir uns dann entschieden, das abzusagen im Juli. Und haben uns dann halt auf, ähm, äh, ja, jetzt den, was so. Anfang Oktober auf das, äh, reguläre Turnier gelegt. Und das war ja auch, also, jetzt nicht sofort instant ausverkauft von den... Aber schon, schon mal dran. Gut, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir, äh, so viel hatten. Muss ich ehrlich sagen, ich hab echt gedacht, es fallen noch vorher ein, zwei weg. Ja. Aber so, ähm, also war gut. War sonst mal gut. Wir können uns definitiv nicht beschweren. Ja. Hm. Also es war ja auch so, dass wir tatsächlich am Ende... Äh, nicht am Ende, also kurz vorm Turnier noch haufenweise Anfragen hatten. Von wegen, äh, hier aus Berlin zum Beispiel, aus Rostock. Wir hatten ja Leute, die dieses Mal wirklich von sonst wo angereist sind. Ähm, und die haben mal geschrieben, ah, wir haben doch irgendwie fünf Leute, die wollen noch, können wir nicht. Und, äh, wir waren dieses Mal in einer anderen Location. Äh, aus diversen Gründen. Und das war echt ein Problem für uns, weil wir die nicht aufnehmen konnten. Wir hätten es gern gemacht, aber es ging nicht. Und, äh, also wir hätten deutlich, deutlich größer sein können als 24, die wir jetzt waren. Ähm, aber es ging in dieser Location nicht. Und, äh, das... Hat mir persönlich auch ein bisschen das Herz gebrochen, den Leuten dann schreiben zu müssen, sorry. Geht nicht. Ja. 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 Mal gucken. Stefan ist ja jetzt dran, ob wir nochmal im Januar, Februar die Halle in Basse kriegen. Ja. Mhm. Genau. Ähm. Ja, aber es kam ja dann, wie es kommen sollte, äh, das Turnier in... Das ist unser jetziges Turnierstand an. Und, ähm, ja, wir waren, wie gesagt, 24 Leute. Ähm, hatten wirklich ein sehr diverses Spielerfeld, was ich persönlich richtig geil fand. Also ich hatte schon so gedacht, so, boah, warum kommen denn jetzt die Leute extra... Also ich meine, nach Rostock fährt man aktuell dreieinhalb Stunden? Vier, wenn es schlecht läuft? Ja. Ähm, hab ich schon gedacht, boah, warum kommen die für einen Einteger hier zu uns runter? Warum machen die das, ne? Und, ähm, auch die Berliner, die immer morgens dann ihre zweieinhalb, drei Stunden fahren bis zu uns. Das finde ich schon krass. Ähm, wir hatten auch viele aus NRW, auch viele hier bei uns eben, wie gesagt, unsere beiden schlappenknappen Teams waren auch, wir waren auch, wir waren da zum ersten Mal ganzheitlich auf dem Turnier. Nur, dass wir beide ja nicht gespielt haben, weil wir ja Orga gemacht haben. Ähm, aber das war schon cool, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen. Ja, und sonst kommen ja auch hier die Jungs aus Kassel von Mini Paradise, ne? Ja, die haben ja leider kurz, äh, ne, die haben gar nicht, waren die angemeldet? Die waren nicht angemeldet, ne? Ja. Nein, aber sonst, also die letzten Male hier beim Age of Filter und Vier waren sie ja auch da, beziehungsweise drei, ähm, also, hat schon einen Ruf, denke ich. Ja. Ja, das kann man, glaube ich, selbstbewusst sagen. Und, ähm, es tut mir leid, dass ich hier nebenbei immer so ein bisschen irgendwie rumeier mit dem Ton, aber ich finalisiere gerade den einen Geist, den ich für Ole malen muss und ich brauche einen Rosaton und ich kriege ihn nicht geangelt gerade. Was höre ich da von Rosa? Ja, was ab? Ich bin gespannt. Ja, Ole, dann erzähl doch einfach mal, wie war das Turnier denn jetzt für dich? Ich meine, es war jetzt nicht unbedingt dein erstes Turnier auf dem Age of Sigma-Bereich, war es, aber war jetzt so das erste hier in Hildesheim. Äh, also mein erstes in Hildesheim war es auch gar nicht. AOS? Doch. Ne, AOS auch nicht. Da waren wir, äh, auch in der gleichen Location. Nur halt andere... Das war aber keins von uns, das meine ich. Achso, ja, keins von euch. Das schon. Ähm. Das war dein viertes, ne? Das war mein... Gott. Ja, sollte mein viertes sein, wenn man jetzt das Anfängerturnier nicht mit reinrechnet. Ja, das würde ich jetzt ein bisschen rausklammern. Ja. Ja. Äh. Ja, also von den Turnierplätzen, also es hat mir auf einen sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich war nur über eine Sache verärgert. Mhm. Ähm, und zwar über Team 2. Die waren nämlich nicht in Uniform. Ja. Also... Micha, Captain Team 2, was war da los? Der Erfolg gibt uns Recht, also Uniformen hin oder her. Diesen Mangel an Disziplin in deinem Team lässt du zu? Eindeutig. Oha. Oha. Ja, nur unser Glück abgesahnt. Also das war wirklich eine Frechheit. Ja. Äh, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen und die uns auch noch nicht getroffen haben auf den Turnieren, unser Markenzeichen sind natürlich, äh, also wir sind ja alle jünger, das haben wir, also nicht, weil wir jung sind, sondern weil wir jünger sind. Äh, wir folgen einem Credo, das, äh, an Wichtigkeit nicht zu unterschätzen ist, nämlich das Credo und die Heiligkeit des Pantoffels, der Schlappe. Und deswegen ist das unser Wappentier, ähm, und wir tragen immer unsere schönen Adiletten am Tisch, äh, man sieht mich auch immer in so einer schönen Atzen-Jogging-Hose und, äh... Und beide Hände in der Hosentasche? Beide Hände in der Hosentasche, was ich da mache, ist jedem selbst der Fantasie überlassen, aber, ähm, das ist unser Markenzeichen und sowohl Jim als auch Micha als auch Christian hatten keine Schlappen an. Ja. Ja, gut, ich habe auch nicht gespielt dieses Mal, ich brauchte keine Schlappen. In Detmold hatte ich Schlappen. Ich hatte trotzdem Schlappen an, obwohl ich Orga war. Ich bin sogar mit Schlappen zum, zum Netto gegangen, hab Kuchen gekauft. Nimm das. Okay. Dann gab's Kuchen. Gut, ich gelobe, Besserung. Hä, du hast Kuchen. Aber wenn du es reingekriegt hast, dann, äh, mehr Kulpa und, äh, sag das beim nächsten Mal. Jan hatte das im Kuchen. Hab ich. Angesagt, dass es Kuchen gibt. Ja. Ja, denkt ihr, ich höre Jan zu, also... Wow. Okay. Übrigens. Aber trotzdem, wie war dein erstes Spiel? Gegen was hast du gespielt, Ole? Ich wollte gerade, ich wollte gerade noch so eine, so voll die, voll die heftige Newsbombe droppen und jetzt nimmst du mir das weg. Wusstet ihr, ich sagte, ich mach das jetzt zwischendurch, wusstet ihr, dass man Schlappen mit Logos bedrocken lassen kann? Ja. Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Oh, wir müssen das so machen. Wir müssen das so machen. Ja, ich hatte auch, äh, Trikots vorgeschlagen und das wurde dann... Ja, können wir machen. Können wir machen. Wer hat das denn abgewürgt? Ich nicht. Hust, Jan, hust, hust. Nee, 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 nee. Ich scrolle gleich in der Imperium-Nilius-Gruppe nach dem Chatverlauf. Nee, 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 das hab ich nicht. Doch? Es ging um ein anderes Trikot, was ich abgelehnt habe, aber das sag ich jetzt hier an der Stelle nicht. Ähm. Nee, okay, ja, dann, dann, äh, mit dieser herben Enttäuschung, würde ich sagen, gehen wir in die Spiele von Ole, die durch die Bank nämlich auch eine Enttäuschung waren. Nein. Nein, waren sie nicht. Alles gut. Und Spieler, ne? Käpt'n und Spieler, Leute. Ja. Ich bin, ich bin der deutsche Jürgen Klopp der, der Tabletop-Gesellschaft, hab ich schon gehört, mehrmals in meinen Träumen. Äh, Ole, Spiel 1, gegen wen hast du gespielt? Äh, gegen Leon und seine Gloomspite-Gids, oder eher Trolle. Ähm. Seine Gloomspite-Trolle? Mhm. Mhm. Durfte ich ja auch schon das ein oder andere Mal gegen dich spielen, Jan. Ja. Was mich jedes Mal gefreut hat. Äh. Hat das Learning ja scheinbar, hat ja dein Learning ja scheinbar nicht eingesetzt. Mhm. Also es ist einfach unmöglich für mich, die ganzen Trolle zu töten. Äh, ich bin dort noch glimpflich weggekommen mit den, was hatte ich dort? Äh, mit dem 12 zu 8 hab ich verloren. Mhm. Ähm, ähm, denn, also in der zweiten Runde, da hatte er, da hatte Leon, ähm, jeden Charge nicht geschafft bei ihm, obwohl es teilweise echt nur ein Sechser oder Fünfer Charge war. Mhm. Äh, von daher konnte ich da dann die Initiative ergreifen und zumindest etwas noch scoren. Ähm, plus er hatte, äh, ein Sechser, äh, ein Sechser, ein Sechser Trolltrupp stand irgendwo hintenherum, äh, und hat dann nichts gemacht, weil die halt sehr langsam sind. Äh, wäre das ein bisschen besser für ihn gelaufen, da wäre ich sowas vom Tisch gefegt worden. Also, war das, war das so ein deutlicher Pause-Bike-Unterschied quasi? Ja, also, es wäre zumindest nicht schön für mich geworden, denn, ähm, also ja, ich kann so ein, zwei Angriffe von den Orgern mal, äh, von den Treuen mal aushalten, aber danach bin ich doch schon sehr geschwächt und, ja, ich hab halt auch nicht mehr meinen ganzen Teleport, wie ich es in der dritten Edition hatte, bis da, äh, weshalb ich da auch dann ein bisschen eingekesselt wäre in meine Ecke. Mhm. Äh, ja. Aber, also, Leon kannte ich auch schon so jetzt mal von, ein bisschen nebenbei her von dem, äh, von dem Baltic Bash Turnieren, ähm, ist ja auch, glaube ich, mit dabei, äh, in dem Verein dort, also, äh, so hat man sich auch schon mal gesehen, gespielt hatten wir noch nicht, soweit ich mich erinnern kann, ähm, gegen Bloomspite, gegen Bloomspite muss ich auch nicht nochmal spielen. Aber die sind ja jetzt schon einigermaßen genervt worden. Ja. Also, so schlimm ist das nicht mehr. Nee. Aber ja, zu dem Zeitpunkt haben wir noch ungenervt gespielt. Ja, man muss auch sagen, meine Nighthound war noch ungenervt. Ähm. 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 Aber, ich spiele keine Pferde. Nee. Also, das muss man mir schon mal lassen. Ja. Die drei Leute, die Respekt vor der Armee haben, die werden sich jetzt bestimmt vor dir verneigen. Mhm. Während allen anderen so ein kurzer Brechreiz hochkommt. Nein. Also, ich kann verstehen, denn, äh, zum Beispiel bei Stormcast hab ich auch gemerkt, als ich mal ein Testspiel hatte, äh, da hatte Christian seine Vanguard Raptor auf einen Helden von mir schießen lassen. Und er hat ihn nicht totbekommen. Also, dadurch, dass, die machen sich ja aus durch ihren Minus-3-Rant, äh, ja. Wer gegen Nighthound schon mal gespielt hat, der weiß, 4 Plus ist die Welt. Hart egal, ja. Äh. Äh. Und gelegentlich kann man auch sagen, habe ich ein bisschen Glück bei den 4 Plus-Saves. Nur hin und wieder, liebe Leute, nur hin und wieder. Ich sag's euch. An jedem zweiten Donnerstag. Ja. Äh. Aber, ja. Ich wollte da sowieso ein bisschen, vielleicht, auch mal einen U-Boot machen, wenn ich da auch ein paar Leute jetzt ärgere. Äh, wäre bei mir auch gar nicht gegangen mit dem ersten Matchup. Ich war zumindest froh, dass ich da mal, äh, dass ich danach nicht mehr auf die treffen konnte. Hm, ja, stimmt. Wir hatten nur eine Trollliste, ne? Also, du hast quasi den Tritt in die, zwischen die Beine hast du direkt im ersten Spiel genommen. Ja. Ja, stimmt. Hardware. Ja. Äh, dann. Mit dem zweiten Match. Das war gegen Stormcast von Jonas Küster. Mhm. Er hatte eine Stormcast-Liste gespielt, die ich so noch gar nicht gesehen hatte. Keiner, ja. Also. Logisch. Ja. Äh, dadurch, dass ich halt selber Stormcast angefangen hatte, kannte ich mich zumindest mit den, ich sag mal, alltäglichen Einheiten aus. Aber er hatte, also wirklich Sachen, da hab ich mir, da hab ich mir gar nicht drüber danken gemacht, die Regeln zu lesen überhaupt. Äh, er hatte halt vor allem die Sachen ausgewählt, die jetzt in Legends gehen und davon auch meine ich die Sub-Faction. Mhm. Ähm, also muss er mir da nochmal ein paar Sachen erklären. Ja, er hatte hier Sachen wie Astraea, Soulbride, äh, Vanguard, Paladors mit Schockhand, äh, mit Schockhand-Axten. Die bleiben aber tatsächlich. Echt? Ja, die bleiben und fairerweise muss man dazu sagen, ich hab ja die Regeln schon bekommen, die sind wesentlich besser als die Neuen. Oh Gott. Also, by far, ne? Ja, zu den Neuen hat man ja auch schon die Regeln gesehen von der Off-The-Community-Website. Hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Not even close. Die Fernkämpfer sind die besseren Nahkämpfer tatsächlich. Wow. Wow. Deutlich. Wow. Ja, nachdem man auch schon ein bisschen geldelos geworden ist, äh, als das alles in die Vorbestellung gegangen ist. Nein. Nein, natürlich nicht. Äh, äh. Ähm, ja, also das war auch ein Hin und Her bei uns tatsächlich. Äh, erste Runde lief gar nicht so gut bei ihm, denn er hatte, äh, äh, er hatte vor allem die, jetzt hab ich schon wieder den Namen vergessen, die Reittiere, die Vanguard Palladors, äh, in eine Einheit in mich reingeschickt, erst in meinen Scream, aber dahinter standen halt meine Hearthitter-Units, äh, und die haben sie fast vollkommen rausgenommen sogar. Äh. Äh, äh. Äh, ja, das können die. Ja. Mhm. Nur, da ich halt Stormcast zumindest ein bisschen kenne, hab ich mir halt auch drüber Gedanken gemacht, dass ich die nicht komplett finische, denn dann würde er wieder mit dem einem Stratagem kommen, ja, sorry, Command, ja, ich hab 40k gespielt, äh, und würde die halt wiederholen. Ähm. Ähm. Dann, was mir auch ziemlich Probleme bereitet hatte, waren, er hatte, äh, er hatte zwei Reinforcer-Einheiten mit Vanquishern, die halt Damage plus 1 kriegen gegen Einheiten, die fünf oder mehr Modelle haben, was für mich echt kritisch ist, denn, naja, ich hab eigentlich nur Einheiten mit fünf oder mehr Modellen, ähm, und fast jedes Modell hat nur einen Lebenspunkt bei mir. Ja. Und soweit ich eins verliere, merke ich das schon sehr. Mhm. Äh, ja, und dann hat sich das bis zur letzten Runde hingezogen, äh, dass es dort erst entschieden wurde, wenn ich mich recht erinnere. Also war echt ein knappes Match. Ja. War auch ein super Gegner. Ich bin auch jedes Mal am Tisch vorbeigelaufen, hab immer mal so reingeguckt, was ihr da gerade macht, und ihr sahet bis zur letzten Minute auch beide noch sehr angestrengt aus. Mhm. Ähm. Ja. War ein gutes Spiel, ähm, wie gesagt, das war auch eine Liste. Das Ding ist, und das hab ich jetzt auch bitterböse gemerkt, als wir auf dem Turnier in Detmold waren, ich hab mir diese ganzen Fraktionen, die jetzt demnächst alle verschwenden, hab ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ich mir dachte, pff, ja, gut, spielt eh keiner mehr. Ja. Äh, nee. Ich musste ganz schnell lernen, nee, das ist nicht so. Und, ähm, auch die Sacrosan Chamber, muss ich echt sagen, die sind richtig gut. Und, ähm, wie du schon sagtest hier, die Astrea of Soulblight, dann auch die, ähm, Avocators of Dracolines, also auf diesen Raubkatzen, die sind echt gut. Ähm, und, äh, auch Beasts of Chaos, wahnsinnig stark. Und, äh, das, ja, ich fühle, was du da durchgemacht hast. Ja. Also, ich muss sagen, Beasts of Chaos, äh, ich hätte, ich hätte mich auch nochmal drüber gefreut, wenn ich die, bevor sie dann komplett weg sind, auch nochmal gegenspielen könnte, aber, ja. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Musst du mal ein Turnier besuchen? Ja, ich wollte gerade sagen, musst du mal ein Turnier besuchen, wo die Hamelner Jungs sind. Und der liebe René, groß geht raus, spielt ihn nämlich. Und, äh, da hab ich auch mit Trollen gegengespielt und da hab ich ganz schön geschwitzt. Okay. Ja. Aber vielleicht ja auch im November. Ich kann mir vorstellen, dass nochmal der ein oder andere vielleicht zum Raccoon, äh, zum Abschied, äh, die Trolle mitnimmt. Äh, die Beasts of Chaos. Also, ich würde nicht sagen, dass das, äh, keine Chance ist. Nee, ist richtig, ja. So ein Abschlussturnier nochmal mit Raccoon Rumble? Ja. Könnt, könnt hin. Könnte sein, ja. Also. Ja. Die Beasts of Chaos, die sollten dann ja... Die gehen dann in die Legends 2.25 leider, ja. Ja. Im Sommer. Ja, im Sommer, genau. Ja, ein bisschen schade, dass die nicht neu aufgelegt werden, aber... Ja, gut. Ja. Ja, also da hätten sie dann auch wirklich jedes Modell eigentlich neu machen müssen, weil... Ja. Wenn wir, wenn wir wirklich dafür die Chaos-Zwerge kriegen, ne? Dann sag ich, weg mit dem Schmutz, gib mir meine Zwerge. Dann bin ich auch bei dir. Also, sobald die Chaos-Zwerge draußen sind, bin ich der Erste, der dort auf Bestellen klickt. Ja. Also bevor ihr es jetzt heißt, ja, wie, wisst ihr da schon was? Ne, wissen wir nicht. Aber es gab ja den Leak von White Fang vor einigen Monaten, der gesagt hat, übrigens, da kommen Chaos-Zwerge in dieser Edition. Und bisher war White Fang immer sehr, sehr genau in seinen Vorhersagen. Dementsprechend habe ich da große Hoffnung, dass das dieses Mal auch stimmt. Alle Welt performt auch dafür, dass Valerian noch kommt, diese Edition, wir warten es mal ab. Und wenn es dann ist, dann ist es wahrscheinlich so kurz vor Ende der Edition, damit man sich wieder freut. Damit man für vier Monate noch seinen Battleturm hat, wenn er denn verfügbar ist. Und dann heißt es, ja, weil der wurde ja schon für die neue Edition gedesignt. Siehe Flash-Eater und dann gurken die irgendwo unten rum. Wir warten es ab, ne? Wir warten es ab, ja. Aber leider nichts Reelles. Wir wissen, dass jetzt noch Slaves to Darkness dieses Jahr kommen. Und was nächstes Jahr passiert, da schauen wir mal ganz entspannt rein. Gestern gab es ja ein Leak, ist ein bisschen off-topic, aber dass der erste Death-Battleturm, der ja kommt, zum Start des Jahres, 25, dass das angeblich Soulblight sind. Und zwar mit einem Vampire-Lord und Zombie-Dragon, mit einem neuen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Okay. Weil das ist sowieso jetzt schon ein wahnsinnig schönes Modell. Und wenn der nochmal ein upgedatetes Modell kriegt, hm, geil. Hätten auch Nighthunt sein können. Nein. Die waren letztes Mal zuerst. Das heißt, dass die jetzt zuerst kommen, ist unwahrscheinlich. Aber gut. Wir sind ja jetzt nicht, um über Alex zu sprechen, sondern um über die Erfahrung zu ziehen. Und jetzt fehlt noch dein drittes Spiel, lieber Ole. Genau. Mein drittes Spiel war dann gegen die Skaven. Von dem lieben Kord. Also Skaven ist ein fast alltäglicher Gegner für mich. Werde ich auch nach dem Update niemals gegen spielen mit meinen Nighthorns. Warte, du fährst auf Starcun. Oh, du wirst da gegen spielen. Oh, ja stimmt. Guter Hinweis. Du wirst auf jeden Fall gegen Skaven spielen. Da bin ich mir todsicher. Ich weiß. Aber nicht mit meinen Nighthorns. Ne, das ist richtig. Ja, denn, also gegen die Rattling Guns hat er allein sechs Stück davon mit. Ich sehe dort keinen Morgen. Da sehen viele Armin keinen Morgen gegen. Ja. Ja. Denn vor allem, also es müssen halt keine guten Angriffe sein. Es müssen nur viele sein. Und da rasiert er mich. Ja. Aber ja, einmal zu Kord. Äh, also er hatte eine etwas unübliche, ähm, Skaven-Liste gespielt, würde ich sagen. Also natürlich wie der Warpcock-Convergation, ähm, mit dem Arch-Warlock, äh, eine Reinforced-Nine-Hit-Warplock-Gesails, Greyseer, Clan-Ratten, Storm-Fiends, etc. Äh, und dann hatte er zusätzlich ein Regiment of Renown drin, und zwar das von Nurgle, Ähm, wo er den super aussehenden Priester hatte, ähm. Äh, den Harbinger. Ja, genau. Dann einmal eine Fünfe-Einheit Putrid-Blight-Kings und, äh, und hier diese Zweieinheit mit den Lords auf den Fliegen. Mhm. Ähm. Ähm, also an Damage rausgehauen haben sie bei mir jetzt nicht so viel. Allerdings hat mich eine Regel extrem genervt bei denen. Und das war, äh, sobald die irgendwie, ich meine, innerhalb von 9 Inch von dem Harbinger stehen, hat alles von Nurgle minus 1 zu Hüt gegen sie. Mhm. Und das gepaart mit dem Fünfe Award, das war echt eklig. Also ich glaub, ich hab die auch erst in Runde 4 tot bekommen. Äh, das war, also wir standen da die ganze Zeit auf einem Haufen. Ja. Das war, ja, naja. Ähm. Allerdings konnte ich ihn, glaub ich, genauso gut nerven mit meinem einen Helden und zwar dem, oh Gott, dem Cruel Gas Cruciator. Mhm. Äh, den hat man auch in fast jeder Nightrun-Liste, soweit ich gesehen hatte, gesehen. Ähm, und zwar alles, was vollkommen innerhalb von, jetzt muss ich lügen, 9 Inch ist, äh, wird die erste, Wunde, die zugefügt wurde, in jeder Phase negiert. Mhm. Und diese, ja, mit dieser Fähigkeit hat er bestimmt 20 Lebenspunkte einfach weggemacht über das ganze Spiel rüber. Oh. Ja, also, ich kann sagen, er war davon ein bisschen genervt, war jetzt so mein Gefühl. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Mhm. Ach ja, plus, ich hatte noch für meine Helden, äh, eine 6er-Einheit Spirit-Hosts, die, äh, wenn sie in Combat-Range zu einem Helden stehen, ein 4-plus-Ward geben für sie. Ohne, dass sie jetzt eine Wunde dafür kriegen, für jeden Schaden, den man gewordet hat. Äh, nicht so wie bei anderen. Mhm. Äh, von daher waren meine Helden auch ziemlich untödbar geworden. Äh, ja. Ja, und das Ganze ist dann hinausgelaufen auf tatsächlich ein, äh, unentschieden, 10 zu 10. Mhm. Auch auf einer Mission, die ich dir zu verdanken habe, Jan, mit Limited Resources. Drecksmission. Die Mission ist super scheiße, ich hasse die persönlich auch aus tiefster Seele, aber ich finde, das ist eine Mission, da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Und das ist immer eine schöne Level-3-Mission für mich. Ja, ja. Ja, muss ich aber trotzdem nicht nochmal haben. Wir haben die sogar geübt. Wir haben die sogar geübt. Ist ein bisschen her, aber wir haben sie geübt. Ja? Ja, in der dritten Edition, da gab's die doch so. Ja, in der dritten Edition. Ja, ist doch fast die gleiche Mission. Also, nur der andere doch ist dazu gekommen. Ja. Ja, da hab ich sie auch schon nicht gemacht. Ich auch nicht. Ja. Äh, ja. Ja, und dann auch von meiner Platzierung her, naja. Ich wollte unserem anderen schlappen, knappen Julian ein bisschen treu bleiben und in seiner Nähe bleiben, damit er es nicht so einsam hat. Äh. Du bist so selbstlos. Ja, ich weiß. Ähm. Ähm, bin ich 22. Ähm, bin ich 22. von 24 geworden und Julian 24. von 24. Ja. Bei Julian, da mag's auch am Raum liegen. Davor hat er nämlich, ähm, den Titel bekommen, ähm, den Titel bekommen, als er noch Slaves to Darkness gespielt hatte, mit The Never Chosen, hat sogar eine Urkunde bekommen dafür. Äh, da hat er nämlich auch den letzten Platz gemacht. Wo war denn das? Das war, äh, bei den Hamelner auch im Raum, äh, in der gleichen Location. Äh, dazu muss man aber auch sagen, dass, äh, beim Archaron, äh, ganze drei Spiele lagen, einfach effektiv nichts auf der Platte gerissen hat. Und ich kann das deshalb so genau sagen, weil das dritte Spiel hatte ich nämlich gegen ihn und wir haben nur den letzten Platz gespielt eigentlich. Und es ist wieder so gekommen, dass Archaron einfach, ja, er war da, kam, sah und ging. Ja. Also, dank zwei Großkanonen, äh, der Cities machte... Ach stimmt, du hast Cities gespielt damals, ja, ich erinnere mich. Und das war auch das Turnier, wo du die Ogafürze vergessen hast. Ah, erinnere mich nicht daran. Ich hätte das Spiel, ich hätte das Spiel gegen Flo gewinnen müssen, wirklich. Weil Skabrand, ich hatte hinterher auch nochmal mit Patrick, äh, Gruß geht raus, ich hätte hinterher auch mit Patrick noch drüber gesprochen. Und, äh, in Turn, äh, zwei, wo Skabrand mich gechargt hatte, hätte ich ihn tatsächlich mit einem sicheren Ogafurz getötet. Und, äh, wäre dann frei gewesen und hätte ganz, ganz andere Sachen machen können zum Punkten. Aber dadurch, dass ich an dieser Stelle die Ogafürze vergessen habe, äh, hab ich tatsächlich am Ende mit ein paar Punkten Rückstand verloren. Und, äh, das hat mich sehr geärgert. Weil es wäre tatsächlich meine erste Chance auf ein 3-0 gewesen. Boah. Und jetzt hast du sie nicht mehr. Die Ogafürze. Nee. Jetzt kommt nur noch so ein leises Quietschen raus. Ja. Ja, ist so, ist so. Aber es hat mir so Spaß gemacht, hoffe ich, Ole. Ja, ja, das schon. Also, jedes Spiel ist immer schön. Ja. Äh, ist halt hauptsächlich auch, ich gehe jetzt nicht mit der Einstellung hin, dass ich gleich den ersten Platz mache oder so. Äh, und es ist halt auch viel einfach mit der Community sich treffen und dort halt einfach mal gegen andere Leute auch spielen. Wie man jetzt nicht so in seinem täglichen Repertoire hat. Ja. Das gehört, Michael, wir gehören zum Inventar. Ähm. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Ich glaube, Ole mag mich auch nicht mehr, seitdem ich mit meinem Lumineff seine Nighthawms so verprügelt habe. Es mag dich niemand mit Lumineff. Das ist ja, damit kann ich leben. Ähm. Ja, nee, aber der Gedanke, den ich dahinter hatte, war, äh, oder den ich hatte an dem, an dem Tag noch dazu, äh, war auch so ein bisschen, man muss ja dazu sagen, du warst bisher auf deinen Turnieren, wo du warst, immer relativ erfolgreich. Du warst ja bei unserem Anfängerturnier, hast ja direkt den dritten gemacht, das war dein erstes Turnier. Du warst in Rostock, hast du auf dem Top-Table gespielt direkt, aus deinem zweiten Turnier. Ähm. Ja, da bin ich Sechster geworden. Ja, aber auch nur wegen dummer Stormcast-Liste, ne? Also, zum Glück gibt's die nicht mehr. Ja. Ja. Ähm. Aber das ist auch so ein Erlebnis, glaube ich, das musstest du jetzt auch mal machen. Das, das hat jeder von uns auch schon mal durchgemacht. Einfach mal so ein erdendes Turnier nochmal, wo man wirklich nichts, ne, ich will jetzt nicht sagen, du hast nichts gebacken bekommen, aber wo man einfach nicht, nicht so abschneidet, wie man abschneiden müsste, ne? Also, du, du bist, du bist ja eigentlich ein besserer Spieler, als dass du da auf so einem Platz landen müsstest, ne? Lob mich mehr. Äh, ne, aber, ja, also generell die Spiele, äh, ja, ich hab ein paar Fehler gemacht, muss ich auch sagen, ähm, aber generell war es immer doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch dabei gewesen. Ja. Ja. Oder war einfach auch unser Spielniveau dieses Mal so hoch? Also, wir hatten echt ein paar Hardcore-Kandidaten da, das muss man wirklich sagen, also, äh, gerade solche, solche guten Spieler wie, wie Micha, äh, von den Kings of the Hill oder wie Dominic de Kassan, äh, Andreas, äh, Hölter, das sind schon wahnsinnig gute Spieler, die da waren. Ähm, ich weiß nicht, hier, oder hier, die Berliner Jungs sind ja auch alle sehr gut, ähm, vielleicht war auch einfach das Spielniveau hoch. Also, das weiß ich nicht, also, ich, äh, schätze Ole schon auch so ein, dass er sich mit denen, äh, messen kann, das ist einfach an dem Tag, glaub ich, auch viel Pairing-Pech für ihn dabei gewesen und an ein, zwei Stellen auch Würfel-Pech. Ja. Ja. Ja, aber du machst das normalerweise und, wie gesagt, so ein bisschen erdendes, ein erdendes Erlebnis. Äh. Äh. Ist ja auch nicht schlecht. Genau. Ja. Gut, dann war das dein Turnier, äh, dann würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen über unsere Teams, wie die abgeschnitten haben und dadurch, dass wir jetzt mit Ole schon angefangen haben, würde ich einfach mal sagen, wechseln wir einmal rüber, bevor ich dann zu Julian komme. Ähm, Micha, bist du zufrieden mit deinem Team und, äh, wie viele Kündigungen sind rausgegangen? Nein, nein, nein. Äh, doch, ich war, also die Jungs haben das beide gut gemacht, also dafür, dass es jetzt ja für Christian auch sein erstes wirkliches, äh, Age of Signa-Turnier war, aufgrund von Covid-Erkrankungen und anderer dummer Dinge, ähm, hat er sich dafür echt gut gestanden. Ich glaub, der ist im Mittelfeld gelandet, ich hab's jetzt direkt nachverurteilt. Exakt in der Mitte. Elfter. Ja, also, das erste Spiel war natürlich, äh, der Super-Augau für ihn gegen Andreas Hölter, äh, dazu gepaart zu werden, äh, aber ich glaube, das Spiel hat immer richtig, ähm, äh, nochmal gezeigt, was man mit Stormcast alles machen kann und was man vielleicht besser nicht mit Stormcast macht. Und er hat ihm ja auch ein paar umgeboten, ne, also er hat das Spiel jetzt nicht, also. Ja, man muss auch dazu sagen an der Stelle, dass Andreas ihn auch wirklich da nochmal in die Hand genommen hat, als erfahrener Stormcast-Spieler und hat ja auch nochmal gesagt, hier, guck mal, du kannst das machen, äh, schau dir mal das an und hier die Fähigkeiten, die sind ganz cool, guck dir die mal an. Ja, ja. Und das fand ich auch ein sehr, eine sehr noble Geste. Ja, auf jeden Fall, ne, aber trotzdem, also auch, äh, ich hab mir, ja, zwischendurch bin ich ja mal in der ersten Runde an dem Tisch öfter vorbeigelaufen, gerade um auch so ein Turnierneuling, äh, zu gucken, dass da, ne, vielleicht ein, zwei Sachen nochmal zu sagen, was dann Regeln angeht, bevor er sich da komplett in die Netze setzt. Und ich war, glaub ich, in der ersten oder zweiten Runde dran und hab mir das angeguckt und hab gedacht, oh, okay, das wird ein schnelles Spiel. Und, äh, dann bin ich fünf Minuten später dran vorbeigekommen und hab dann so kurzzeitig mal gefragt, äh, Andreas, du bist hierhin? Und, äh, aber er war auch sehr nett, das muss man dazu sagen, ne, also er hat ihm viel durchgelassen, äh, gerade so auch was Kohärenz angeht, da hat er ein Auge mehr zugedrückt für ein Turnierneuling, das fand ich auch sehr fair. Ja. Gerade wenn man aus 40K drüber wechselt, dann ist ja doch nochmal Kohärenz in AOS wirklich effektiv. Nochmal was ganz anderes, ja. Ja. Äh, und dann hat er sich ja, äh, gemausert, also das zweite Spiel hat er ja auch relativ, äh, gut abgeschnitten. Gegen Sebastian mit Cool Boys? Ja, also, äh, ich sag mal jetzt mit einer, ja, eigentlich in der Liste, ich nehme alles das, was ich habe und nicht das, was gerade so angesagt ist, war dafür echt gut und das dritte Spiel hat er ja auch gewonnen und damit dann halt, wie gesagt, erst im AOS-Turnier und dann direkt im Mittelfeld zu landen, äh, ja, das war eine gute Liste, da bin ich sehr zufrieden mit gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, er selber auch, weil er halt noch eine Menge Spaß dabei hatte. Ähm, ja, äh, ja, und dann kommen wir jetzt zum frechen Jim. Das muss man einfach mal ganz böse so sagen, das war wirklich frech, also der hat, äh, und jetzt, Jim nimmt es mir nicht übel, aber wer in der ersten Runde einfach mal drei oder vier so freche Charges ansagt und die auch noch alle durchbringt und den Gegner dann so vermöbelt, äh, das nenne ich dann schon frech. Und wenn man dann guckt, dass er halt in der zweiten Runde mit sein Seraphom gegen, also, er hat gegen Skarven gespielt. Im ersten, genau. Hat ihn in der ersten Runde, im ersten Spiel direkt so eingebaut, dass eigentlich nicht mehr viel ging für den Skarven, ne, also, das war schon wirklich sehr, sehr frech. Und im zweiten Spiel ist er dann noch frecher geworden. In der ersten Runde den einzigen Chartstehner hat es, äh, auf Kairos Faiths Faser. Durch Zufall, weil Niklas, äh, ein bisschen zu viel Platz zwischen den Einheiten gelassen hat. Und er braucht eine Elf und er würfelt auch glatt die Elf und geht dann da rein mit den Kroxigoren und, ähm, boah, er schlägt den Typen. Und das richtig Freche an dem Spiel war, ich hab's dann durchgeguckt am Ende des Spiels, von den sechs Kroxigoren, die da in der Runde 1 den Angriff durchgesetzt haben, stand das Ganze, bis zum Ende des Spiels, stand die Unit noch. Also, Niklas hat sie nicht komplett totbekommen. Das ist halt auch nochmal eine Sache, ne. Gerade zieht die einen ja dann doch überlang irgendwann, äh, runter, muten. Also, da muss man sich mal überlegen, was Jim da für freche Schutzwürfe hingelegt hat. Ich war, ich war am Tisch und der hat teilweise Würfe gehabt. Da hab ich an das, da hab ich an das Gute den Menschen, das Glauben an das Gute den Menschen verloren, wirklich. Also, ich will nicht sagen, um Gottes Willen, dass Jim ein schlechter Spieler ist. Der hat sich auch wirklich gemacht. Aber, das, also Niklas ist normalerweise auch ein anderes Kaliber nochmal, ne. Also, und, äh. Der Fehler macht Niklas eigentlich in der Regel auch nicht, dass er einem da so, ähm, den Screen nicht, äh, aufstellt. Genau. Das muss man halt auch dazu sagen, ne. Also, also, schon mit viel Glück und auch ein bisschen Frechheit, äh, dass er da dieses Spiel dann gewonnen hat. Und hat ja dann auch in der dritten Runde auch, um die Möglichkeit, auf die ersten drei zu spielen, gespielt. Ja. Hat dann aber, glaube ich, einen von den Kings of the Hill abbekommen? Ne, äh, Felix von der Niedersachsen-Auswahl. Ach, Felix, okay. Er hat gegen Felix gespielt mit Skaven. Okay, ähm, ja. Ja. Nochmal Gangs haben, äh, allerdings, äh, weiß Felix, was er mit seiner Liste tut und hat ja auch noch den Vorteil, dass wir nach den, äh, alten Regeln gespielt haben. Das heißt, die Plank-Morngs dürfen ja noch peilen, was sie ja jetzt nicht mehr dürfen, ab einer gewissen Konstellation. Ja. Ähm. Naja, und man hat es auch gemerkt, ich hab, ich hab ja auch teilweise daneben gestanden, weil ich einfach auch, äh, sehr neugierig war, wie Jim sich gegen Felix schlägt. Man hat halt schon anhand der ersten Züge von Felix halt relativ schnell gesehen. Und da ist halt, ist halt das Gate irgendwo Erfahrung dazwischen, ne? Also Felix hat, bewegt sich halt ganz anders als Jim zum Beispiel. Der hat ganz anders gespielt, ganz anders gemessen. Du hast bei Felix klar den Gameplan erkannt schon von jeder Runde, also dass er halt, äh, was weiß ich, für Runde 3 schon vorbereitet hat, die Battle-Taktik und so weiter. Und da war mir dann auch schon quasi nach Runde 1 relativ schnell klar, dass das so ausgehen wird, wie es ausgegangen ist, weil Felix einfach mehr Erfahrung hat. Und eben auch noch ein sehr guter 4-DK-Spieler ist, der weiß einfach, wie der Hase läuft bei Tabletops. Ähm, und das wäre auch bei den anderen Gegnern nicht anders ausgegangen. Also, die waren ja relativ dicht beieinander. Er hätte ja auch noch gegen Dominic de Kassan spielen können, mit Zinj. Auch bei Dominic ist das so, der ist einfach eine andere Typus-Maschine und der hätte dann auch einfach gewonnen. Weil da fehlt Jim die Erfahrung. Aber alleine, dass er es bis in die Top 3 geschafft hat, in Spiel 3 und halt auf Tisch 3 gespielt hat, war wirklich eine hervorragende Leistung. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, war für beide eine super Leistung. Das kann man nicht anders sagen. Ja. 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 Achso, Ole, ja. Ja, ich war auch, also wirklich überrascht, vor allem, wie gut sich Jim in den ersten beiden Runden geschlagen hatte. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also, auch Christian, ähm, ich hatte ja gegen beide, vor allem gegen Christian, schon des Öfteren gespielt. Äh, äh, also, da hatte er sich bisher, sag ich mal, nicht so gut geschlagen. Mag auch an seinem Würfelglück liegen. Ähm, aber ich bin, also man kann eigentlich nur stolz auf die beiden sein, was sie dort gerissen haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, haben wir den beiden ja auch gesagt, lobend, äh, es gibt so ein paar Sachen, die man verbessern kann. Das sind jetzt auch Sachen, die die einfach lernen müssen, jetzt über die Zeit. Da, äh, hast du so ein paar mehr Erfahrungen schon gesammelt, aufgrund deiner Turniervergangenheit, weil du einfach schon auf mehr Turnieren warst. Äh, aber da machen wir demnächst eh noch mal so eine Rückbesprechung, sag ich mal. Äh, aber, nee, das haben die wirklich gut gemacht. Auch Jim mit seinen Seraphon, der bleibt sich treu, der weiß, was er von seiner Liste erwartet. Äh, und spielt die eben auch so. Und es funktioniert. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, im Moment testet er allerdings ein bisschen. Ja, ist auch in Ordnung. Aber er weiß zumindest, wie die Armee funktioniert. Und das ist ja halt die Sache. Genau. Und darauf kommt's an. Ja. Ja. Okay. Ja, kommen wir zu Julian. Äh, ich war froh, muss ich dazu sagen, dass Julian überhaupt da war, am Turniertag, weil der, äh, zuvor echt Probleme, äh, durch eine Krankheit hatte. Und auch, dass die vorherigen Turniere auch absagen musste. Also, wir vom Team Schlappenknappen waren eigentlich relativ hart gebeutelt. Vorher. Und, ähm, ich war froh, dass Julian überhaupt da war. Der ist mit seinen Oskac Bone Reapern angetreten, hatte da auch eine, eine gute Liste zusammengestellt, bin ich der Meinung. Ähm, was man bei ihm gemerkt hat, relativ schnell, ist, dass er die Spielpraxis nicht hatte damit. Äh, äh, er hat Aufstellungsfehler gemacht, teilweise, beziehungsweise auch einfach bestimmte Sachen unterschätzt oder überschätzt. Und eben, ja, sag ich mal, das, äh, Decision-Making da an manchen Stellen war einfach nicht das Beste. Ähm, ähm, das rechne ich ihm aber überhaupt nicht als, als Problem an, ähm, weil er eben auch einfach keine Gelegenheit hatte, die wirklich viel vorher zu spielen. Ich glaube, er hatte ein Testspiel, zwei. Ähm, noch eins. Ja, und, äh, war dann halt für mehrere Wochen halt ausgeschaltet. Aber, er hat, ist trotzdem angetreten, was ich ihm hoch anrechne, und, ähm, hat dann in der ersten Runde gespielt gegen Soulblight Gravelords. Bin ich der Meinung? Ja, genau, gegen Soulblight Gravelords. Äh, hat da relativ knapp verloren. Oh, nee. Äh, nee, doch, warte mal, stopp, ich bin bei Runde drei, äh, Runde eins. Nee, Soulblight Gravelords hatte 7 zu 13. Genau. War noch ein relativ knappes Spiel. Äh, hat sich da teuer verkauft, hat auch einige Learnings rausgenommen, zum Beispiel dieser Bingo-Spell von, von Arken, dass der halt nicht in jeder Situation funktioniert. Das ist auch sowas, da werden wir dann nochmal drüber sprechen in der Nachbesprechung. Ähm, genau, und, äh, Runde zwei hat er dann gespielt gegen, wo ist er denn? Da ist er. Gegen IDK. Ach ja, genau. Er hat gegen IDK gespielt, einen und ist Diebkin. Und das ist was, das mögen Osset, Bone Reaver überhaupt nicht, weil die wirklich reinfahren in dich und da halt schnell irgendwas töten. Und die haben Turn 1 halt so einen Damage gefahren. Äh, ich hab daneben gestanden, also sein Gegner hat wirklich auch, es war ein, war ein ganz, ganz lieber Gegner, der, ähm, der liebe Felix. Nee, Moment, stimmt nicht. Der liebe Nino. Nino. So. Nino, stimmt. Ah, Nino. Genau. Der liebe Nino. Und, äh, der hätte auch teilweise gesagt, wow, das war aber frech gewürfelt. Ähm, der hat Charges hingelegt, das war, jene ist von gut und böse und der hat halt einfach, mhm, wie soll ich sagen, die, die, die OBR hatten halt nicht die Puste in der Liste, dass die das über das ganze Spiel aufrecht halten konnten. Und das ist so ein bisschen dahin losgegangen bei Julian. Sein Gameplan war gut, er hat sich auch wirklich wieder hart verkauft mit dem 15-5, also es war deutlich besser, als es hätte sein müssen oder hätte sein dürfen, so rum. Ähm. Ähm. Also klar tun die weh, aber wenn man schon in Runde 1 mit den allen, in den Gegner reinfährt, ähm, dann ist, also ich glaube, du brauchst diesen First Strike, den du ja erst auf Runde 3 oder 2 bekommst, da macht sich die Armee dann wirklich erst. Also ich glaube, wenn er ein bisschen gewartet hätte gegen Julian's OBR, dann, dann hätte das auch ein bisschen arg Dollar weh getan. Ja, ja, das meine ich. Also ja, einmal das, aber Julian hat sich auch an manchen Stellen ganz gut verkauft. Ähm. Und da hat man auch so ein bisschen die Learnings aus dem vorherigen Spiel wieder gesehen. Ähm. Aber es war einfach, er hatte, er hatte am Ende, er hatte am Ende einfach auch nicht genug Schlagkraft mit, um die, um die Diebkens schnell genug vom Feld zu holen. Er hat ja diese, äh, oh Gott, jetzt mach ich mich wieder beliebt, die Harbinger, ne, die Arkais. Arkais sind die guten aktuell, ne, ja. Ähm. Er hat die, äh, die Arkais dabei gehabt. Oder sind's die Harbinger? Er hat die Arkais gespielt jetzt. Die Harbinger wollte ich haben, weil, dass die, die machen, die mehr Schaden raushauen. Ne. Ne. Die sind alle gleich. Die haben eine Fähigkeitunterschied. Irgendwie. Ich meine, die einen haben viel No Pain. Dass man Charge wiederholen kann, oder so? Ja, oder so, genau. Und deswegen war ich eher für die, weil, alles war ja. genau. Und er hat die mit, mit Fino Pain genommen. Also mit, mit einem Fünfer Ward. Hm. Die sind das, glaube ich. Äh, gefährliches Halbwissen an der Stelle. Ich gucke gleich mal nach. Äh, Arkais, Dreier Ward gegen, äh, Damage von Spells oder Prayern, oder Manifestations. Äh, hast du das Profil auf? Ja. Ja, und die können Helden verbessern. Äh, ihre eigenen Spellcaster verbessern. Mhm. Äh, also das waren jetzt die Arkais und jetzt die Harbinger. Also gleiches Profil. Mhm. Waffen Profil. Ach, die haben drei W6 Charge. Ah. Mhm. Und die haben hier ihre Armeefähigkeit, die Relentless Discipline, äh, werden sie auch von betroffen, obwohl sie nicht in der Reichweite von einem Helden sind. Okay. Mhm. Ja, aber, ähm, dieser hat er sich schon gut verkauft, denke ich. auf jeden Fall. Und. Er hat überlegt, dass er nur zwei Spiele vorher, äh, vor dem Turnier gemacht hat. Ja. Und er dann halt auch so gebeutelt war durch, äh, die Nachwirkungen. Das stimmt, das muss man auch dazu sagen, dem ging's ja auch im dritten Spiel dann schon nicht mehr so richtig toll. Ähm. Und dafür hat er sich ja auch noch hingesetzt und durchgespielt. Er hätt ja auch sagen können, ich schaff's nicht mehr, ich dropp jetzt. Ja, ja, wär auch kein, kein Problem gewesen. Genau, aber er hat sich, er hat's durchgezogen. Ja. Ja. Worauf's ankommt nachher. Ja. Und, ähm, hat. Ich schätze mal, beim nächsten Turnier macht er das auch deutlich besser, weil er einfach dann auch mehr Erfahrungen hat. Mehr Erfahrungen mit, auch mit der Edition, äh, noch mal ein bisschen Training gehabt mit uns. Und, ähm, ich denke, dass das auch dann wieder wird. Also Julian, Julian ist ja auch kein schlechter Spieler. Der hat einfach, A, auch ein bisschen Pech gehabt, der war krank und so weiter. Also das war, da kam vieles auch zusammen an dem Tag. Und, ähm, das, äh, wird er schon machen. Ja. Und er nimmt ja halt noch viel an, ne? Das ist ja auch immer noch das Wichtigste, was man sagen muss. Ja. Also auch mit Julian hatte ich ein paar meiner besten und vor allem lustigsten Matches gehabt, äh, wenn wir uns mal so privat getroffen haben, dort auch unten im Keller. Tee. Äh. Geht ihr da mal zum Lachen hin? Nein. Mehr als nur Lachen. Oh. Oh. Das ist nicht so genau wie es mit Ole. Danke. Folgentitel. Was machen Ole und Julian im Keller? Ja. Nein. Erste Regel vom Fallclub, man redet nicht über einen Fallclub. Ja. 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 Äh, ja, also das, wir hatten dort auch tatsächlich einige Matches gehabt, zumindest so zwei, drei, äh, wo wir beide, glaube ich, Def gespielt hatten, oder er hatte damals noch eine Runde Slaves to Darkness gespielt und wir haben uns die ersten drei Runden haben wir vielleicht insgesamt ein, zwei Charges gemacht, weil es sich, weil wir immer so knapp aneinander vorbei sind, weil wir uns gegenseitig nicht, also, weil wir uns nicht so offen geben wollten, falls wir den Charge selber nicht schaffen. Mhm. Äh, weshalb es dann wirklich erst im Late Game dazu kam, dass etwas gestorben ist und ja, wir hatten auch die Mission ein bisschen falsch verstanden dabei, aber es hatte einfach so einen Spaß gemacht zu sagen, nee, sieht zwar gut aus, aber ich charge nicht, weil es mich bringt. Was sagen wir dem Gott des Todes? Äh, Entschuldigung? Nicht heute. Beziehungsweise im Fall von Age of Sigmar Praise Nagash, aber, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ähm, ja. Ja. Ja, also grundsätzlich, ich bin, ich bin auch zufrieden mit meinem Team, muss ich sagen. Ähm, wir können jetzt noch mal ein bisschen mehr in die, in die Übung gehen. Man muss auch dazu sagen, äh, wir haben im Team intern ja auch zuletzt nicht mehr so viel spielen können, weil ich auch einfach sauviel mit der Uni zu tun hatte. Ähm, das würde ich jetzt auch... Jetzt haben wir auch nicht mal unsere Location dort bei Christian. Also, nee, noch nicht. Äh, wir haben ja demnächst dann eine. Ja. Die steht ja jetzt vor der Tür quasi und, äh, da können wir dann das auch wieder aufnehmen. Da muss dann wohl noch, äh, über Rappen oder in den Verein eintreten. Ja, das kostet nämlich sonst Geld, mein Lieber. Hm. Da würde ich lieber das bisschen Geld zahlen und dann bist du Vereinsmitglied dann, ne? Ich als arme Azubi. Ja, ich bin Student, was soll ich sagen? Ähm. Armer Student, ja. Hust, hust. Ja. Hust. Ja, das YouTube Money, das gönnt doch. Die YouTube Millionen, ja, was soll ich sagen? Äh. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, nee, aber, äh, da kann ich dir das auch empfehlen. Aber da werden wir dann spielen und du hast dich auch schon bereit erklärt, dass du immer mal bei Battery Ports auch mitspielst. Hm. Sehr schön finde. Das werden wir nämlich dann auch machen, dass wir viel die Battery Ports auch aus dem Pool, aus dem Verein beziehen dann. Nee. Das heißt, Michael, du musst auch irgendwann hinhalten. Ich meine herhalten. Ja, gerne. Ähm. Ja. Ja. Das kriegen wir alles hin. Genau. Auf jeden Fall. Dann wird meine schöne, dann werden meine schönen Geiste auch mal vorgeführt. Ja, jetzt sind sie auch matt gewarnischt. Ich meine, was? Ich kann das wieder ändern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man immer ganz viel Warnisch drüber bügelt, aber ich fand die deutlich hübscher. Ja, nee, ich lass die jetzt auch so. Also, äh, ich kann auch schon mal verraten, meine nächste Armee steht schon in den Löchern. Äh, ja, also, ich hab einen guten Pile of Shame, dass ich dort... Einen guten Spoiler, die Armee ist noch nicht offiziell zu haben, aber demnächst. Ich glaube nicht, dass Ole die meint. Nein, kommt noch eine neue? Das wär ja frech. Jetzt bin ich gerade raus. Ist ja auch egal. Ihr werdet sehen, alle meint. Ja. Ich glaube, ich glaube, Michael meint die Golden Boys, aber ich glaube nicht, dass du die Golden Boys meinst. Nee, ich hatte gerade über Nighthunt gesprochen, die ich halt anders designen werde, meine Liste. Ja, jetzt hast du Jan auch noch mal Hoffnung gemacht, dass du noch eine neue Armee aufbaust, aber... Also, ich habe genug Armeen nicht aufgebaut hier stehen. Echt? Kann ich schon mal sagen. Ja. Du hast auch eine Nörgelarmee zu Hause schon rumliegen, ne? Hattest du, glaube ich, mal erzählt. Und das nennt sich gerade noch Arma, Arma Azubi. Also, Leute, alle Armeen bleiben für den Arm ohne. Ich hab einzelne Modelle, aber keine Armee. Einen nicht unterdrückten Impuls später hast du den Warenkorb dann auch voll. Ja, also, ich hab hier den Great Unclean One. Aha. Ja, da geht's los, ne? Also, wir brauchen nicht weiterreden, wir freuen uns über jede neue Armee von Orles, könnten einige werden in naher Zukunft. Also, wenn ich jetzt nicht beeinige, ne? Wenn ich jetzt nicht mindestens zwölf neue Armeen sehe von dir, dann bin ich enttäuscht. Dann bist du raus aus dem Team, schlacken knapp eins. So! Da könnte auch vielleicht eine neue Dev-Armee dazukommen. Oh, achso, stimmt, du hast deine Stormlights ja noch. Ja. Ja, guter Mann. Dann, was hab ich noch? Achso, durch Stormbringer hab ich ja auch noch einige. Ja, ist okay, gut. Wir werden sehen. Ich kann so weitermachen, das ist, das nimmt kein Ende. Ja, das freut uns. Desto mehr Armeen, desto mehr Spielpraxis und unterschiedliche Armeen hat man gerne. Ja. Ja, fragt sich nur, dass ich auch mal die Zeit habe, die zu bemalen. Dafür gibt es ja professionelle Studios, und du bist ja nicht so arm, wie wir gerade gehört haben, dass du es dir nicht leisten könntest. Ah. Guck mal, wir haben noch gut. Ich kann dir auch schon mal verraten, dass ich bald aus der Ausbildung raus bin und dann mal ein bisschen besser verdiene, aber... Erstmal direkt bei den Pantomancies anrufen. Jo, ich hab hier zwei 12.000 Punkte Armeen stehen. Bis nächste Woche. Seht zu. Naja, vielleicht nicht. Also, wenn du so gut verdienst nach der Ausbildung, dann musst du mir noch mal kurz sagen, wo du anfängst, dann versuche ich das auch. Umschulung. Okay. Nee, das mach ich nicht mehr. Also, tut mir leid, für mich jetzt zu alt. Also, wenn es nicht wirklich hart kommt, dann bleib ich nicht. Dann mach ich das nicht. Vielleicht ist Ola auch einfach beim Rauschgifthandel oder irgendwie sowas. Ja, das wollen wir jetzt nicht wissen. Nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwelche Sachen auf die Spur bringen und es dann demnächst irgendwie wegklingeln. Mhm. FBI, Open Up, ja. Erst via Aperus Ausland, lieber Jan. ja. Du kennst das Meme nicht, hab ich gerade festgestellt. Ja, ähm, nee, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Folge. Ähm, das nächste Learning, Michael, das würde ich von dir gerne nochmal wissen, was du jetzt mit deinem Team oder was wir mit den Teams machen, äh, bevor ich meins sage. Was, was, was wäre dein Zwo, wo du sagst, da müssen wir angreifen? Ähm, ich weiß nicht, ob man darüber angreifen muss, weil wir haben uns ja, also, wir haben uns zwar als Team für die Liga gefunden, aber wir sind da ja wirklich eher so mit, äh, Christian auch eine Gruppe, die da eher so den ganzen Spaß an der Nummer sieht, ähm, also, ansonsten mit Jim bin ich ja schon die ganze Zeit dabei, dass wir da mal, äh, immer weiter an seiner Spieltaktik üben und er muss noch, also, bei Jim müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass er seinen Charge-Impuls ein wenig, äh, unter Kontrolle bekommt, dass er nicht überall versucht reinzurennen, wie ein, ein Wahnsinniger, oder wenn er das tut, dass die Charges dann auch auf die richtigen Ziele gesetzt werden. Äh, Jim wäre ein prädestinierter Org-Spieler, fällt mir gerade auf. Ja, das ist einfach, wir sehen einfach, Axt raus und drauf. Kopf aus und, und Charge, ja. Wie sagte man früher in, äh, Raw for Lich King, Feuermage und Kopf über die Tastatur oder so? Äh, Der Frost-Feuermage, ja, stimmt. Ja. Das, das muss man Jim noch so an ein, zwei Stellen abgewöhnen. Äh, ja. er ist halt bald zumindest mit einer schnelleren Armee auch unterwegs. Ja, aber ob er das so spielen mag, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, er hat da schon ganz schön Kopfauer bei, er hat mir erzählt, dass er so diese Regeln dazu durchgelesen hat. Hm. Er muss lernen, glaube ich, das Spielfeld so ein bisschen zu lesen, äh, wo ködert ihn der Gegner raus, wo sollte er vielleicht, äh, drauf verzichten anzugreifen. Auch das hat er heute wieder, äh, nicht so ganz mitgekriegt und ist dann halt mit seinem Stegadon hinter, erst auf fünf, äh, Doom-Feier von mir drauf gerannt und als ich die dann aus dem Nahkampf rausgezogen habe, zu dritt, ist er denen auch noch hinterher gerannt, mit dem Stegadon, da muss er einfach nichts dran lernen. Ja, und ansonsten Christian, ich würde einfach mal sagen, da machen wir einfach generell so ein bisschen Spielpraxis rein, das ist erstmal das Wichtigste, glaube ich, bei Christian. Und dass er vielleicht auch so einen Plan hat, nicht, das hat er vorhin auch in der Gruppe geschrieben, manchmal ist das einfach der beste Plan, den Gegner dadurch so zu verwirren, dass man selber keine Ahnung hat, was man tut. Ja, also ich glaube auch, dass Gameplans vor allem, äh, was sind, das ist ja auch was, wo ich selber auch noch merke, dass ich da immer wieder dazu lerne. Ja, ich habe jetzt auch Spiel seit der zweiten Edition, Age of Sigmar, und, ähm, ich mache oft genug noch irgendeinen Fehler und Blödsinn, ne, also ich habe zwar ein bisschen mehr Erfahrung, wie jetzt Jim und Christian, kann da auch meinen Senf zu geben, aber so an bestimmten Dingen, ähm, da fällt dann auch bei mir der Kopf auf. Ja. Ja. Ja, aber das sind so Sachen, letztes Turnier, dritte Edition bei den, äh, Cities of Sigmar gegen Darius Riesen, und anstatt, dass ich mich komplett klumpe und ein Riesen nach dem anderen rausschieße, äh, stelle ich mich auf einmal auf breiter Flur auf und sage zu Dario, ja, bitte table mich Runde 2. Ja. Gut, das ist dann natürlich auch undankbar, gleich Dario zu ziehen, ähm, ja, wobei ich tatsächlich Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen, sagte er im Ganzen, wenn ich halt cleverer aufgestellt habe, aber, da war ein Fehler im System, dass ich gedacht habe, wenn ich mich klumpe und er dann rankommt, dann hat er gleich die ganze Armee gebunden, wenn ich mal machen soll, äh, dann wäre es nicht so schmerzhaft geworden, wie es dann geworden ist, aber man lernt halt daraus und das ist halt immer das Wichtige, das, das Learning jetzt generell bei uns im Team, ja, learning, 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 ja, ja, und so ein bisschen in den Druck rausnehmen, dass man nicht jedes Mal erwartet, dass einer von uns, äh, auf dem Turnier unter die Top 5 kommt. Nö, aber schön wär's. Ja, hat bis jetzt zweimal geklappt, ne, einmal ich und Redmold auf Platz 4 und jetzt, äh, einmal Jim bei uns auf Platz 5. Ja. Hm? Oder was? Ja. Ich guck nochmal. Jim ist Platz 12. Jim ist 12 geworden. Nein. Nein, das war Christian. Nein, das ist Christian. Nee, Christian ist 11 und Jim ist 12. Ist Jim so weit zurückgefallen nach dem... Wegen seinem letzten Spiel, da hat er nur drei Punkte. Tatsächlich, doch, stimmt, Jim ist 12. geworden. Ja, Ja, Tatsache. Ja, Abmahnung kommt. Nein. Dass man halt trotzdem, also Spaß haben und weiterlernt, das ist, glaube ich, so der Punkt. Ja. Muss man einfach so sehen. Ja. Ja. Das andere wird sich dann finden. Ja. Okay. Da würde ich sagen, wir sind mal durch. Und, ähm, hier gibt's nochmal einen kleinen Ausschnitt, äh, einen kleinen Ausblick. Oh, irgendwie hab ich einen Frosch im Hals. Furchtbar. Auf die nächsten Projekte, jetzt musste ich grad aufstoßen von diesem scheiß Bionade-Zeug hier. Äh, die nächste Sache, die es jetzt gibt, ist morgen, nee, halt, wenn der Podcast rauskommt, ist heute Abend ein Stream zum, äh, neuen 40k-Update. Das werde ich voraussichtlich mit André und mit Bruce machen. Äh, wo wir über die Punkte sprechen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, den MyStream werden wir aufgrund der Aktualität jetzt von 40k-Update 40k, weil das muss natürlich als erstes kommen. Äh, werden wir ein bisschen nach hinten schieben. Und, äh, am Sonntag, das ist jetzt nämlich neu, am Sonntag wird es einen Stream mit Dario und mir geben, wo wir seine, beziehungsweise, ich muss mal gucken, ob David auch kann, äh, beziehungsweise David und Avi und Patrick, äh, dass wir die Rotorakoon Rumble starten, äh, wo die dann erzählen, was sie sich vorgenommen haben. Denn es scheint mir so, als wir noch nicht verraten vorhin, dass Dario sich jetzt endgültig entschieden hat für eine Armee und, ähm, da bin ich mal gespannt, was er da für Einsichten teilen wird, warum und wie und so. Und, ähm, ich denke mal, da sind alle genauso gespannt drauf. Oh ja, oh ja. Also zumindest am Anfang war er ja noch ganz heiß auf die Iron Jaws. Aber die haben sich ja bis jetzt noch nicht so bewährt in der Edition. Gar nicht, was ich ganz komisch finde. Ähm, weil die haben auf dem Papier das, was man eigentlich haben müsste, aber die sind, ja. Da ist das Problem, dass sie noch zu, äh, würfelabhängig an einigen Stellen sind, dass man zu wenig durchrechnen kann. Ja, gut möglich. Also ich schätze jetzt mal auf, äh, Dev, die sich Dario für das Raccoon genommen hat. Möglich. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich leg mich jetzt noch ganz so fest. Ich sage, Dev und so bei GraveRords. Das ist so mein Tipp für Sonntag. Wollen wir wetten? Können wir gerne machen. Wie gesagt, eine schöne Schorle für den nächsten Podcast. Ja, können wir machen. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, von daher können wir euch hier auch nicht spoilern, weil wir wissen es alle nicht. Äh, das könnte auch tatsächlich was von, Destruction sein, weil halt Kragnos an der Punkte billiger geworden ist. Ich glaube, Dario hat auch Kragnos, ne? Dario hat Kragnos, ja, aber er ist nicht bemalt. Also da müsste er sich dann jetzt noch hinsetzen und das machen. Ah. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, nicht das Problem, oder? Nö. Wohl nicht, nee. Aber, äh, stimmt, das wäre eine Option. Ich weiß es nicht. Ob er nochmal mit Orcs zum Raccoon Rumble fährt? Hm. Ich weiß es nicht, aber, Ole, was wäre dein Tipp? Nighthorn? Nein. Nee, die hat er ja nicht. Und Dario hat noch, Dario hat noch selbst, äh, hat noch selbst, äh, Respekt. Er kam auch ein paar Mal zu mir am Tisch und, äh, hat er ihm so gemacht. Nein, 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 kann er ja gar nicht, es sind keine Zwerge. Was hat er denn noch für Armeen? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so, was ist ja alles zu Hause? Die haben viel. Ossia könnte er mitnehmen. Ossia, Silvanes. Ossia haben sie da. Silvanes von Madeline, genau. Skaven haben sie zu Hause, Stormcast. Hat er Stormcast schon? Ja. Wollte er die jetzt nicht erst besorgen, weil seine letzte hat er ja. Nein, er hat, er hat Stormcast. Okay. Ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viel er davon hat. Das sind hier die, äh, die Stormcast, die wir bekommen haben von der, von der Box, vom Kanal. Ach so, okay. Zum Start der Edition, also die Ruination Chamber Einheiten. Ich würde es mal behaupten, das ist keine volle Armee, ich weiß es nicht. Nee. Ähm. Also ich glaube ein bisschen über 1000 Punkte, wenn überhaupt. Wer hat er noch? Riesen hat er. Gloomsweit geht's hat er? Ja. Oh, stimmt. Ah, das könnte, das könnte auch ein Pick sein, ein Hot Pick. Weiß nicht, Gloomsweit geht's mit, äh, mit Trollen. Könnte sein. Also ich würde dann eher sagen, wenn er die schon hat, äh, entweder Stormcast oder Aussie Ark. Hm. Ah, also zweimal Death oder Stormcast, wir halten's fest. Ich bin gespannt, wir halten's mal fest. Wir werden Sonntag erfahren, genau, ich bin sehr gespannt drauf. und, äh, was David und Avi spielen, weiß ich schon. Ähm, Avi spielt Ossac Bone Reaper und, äh, hat eine fantastische Liste, das ist wieder so eine, so eine Avi-Inkarnationsliste, die ist absolut sowas von nicht meta, aber die funktioniert hervorragend. Ähm, und, äh, David spielt Slave to Darkness und Patrick, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, ich glaube, Patrick spielt Fire Slayers. Spiel Patrick Fire Slayers? Ich glaube, Patrick spielt Fire Slayers. Und, und Madeleine wird wahrscheinlich, äh, Trolle spielen. Geh ich jetzt mal von aus. So, die ist auch mit dabei. Jaja, sicher. Ja. 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 Ja, ne? Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann Sonntag und nächste Woche, kann ich schon verraten, wird es den Battle Report von, äh, David und Patrick geben. Das ist Slave to Darkness gegen Fire Slayers. Ich vermute mal, dass das, äh, deren Raccoon Rumble Listen werden. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und es wird nächste Woche auf jeden Fall ein Video zu Kill Team geben, wo wir dann nämlich über die Regeln sprechen. Ich werde jetzt am Samstag nebenbei, während unser Turnier läuft, werde ich nämlich die Kill Team Regeln mal ausprobieren mit ein paar Leuten und, äh, ich bin sehr neugierig, wie das wird. Ich hab nämlich die Regeln gelesen und ich find sie bis jetzt echt cool, muss ich sagen. Ja? Ja. Okay. Die haben an den richtigen Stellschrauben gedreht, ähm, und, ja, die Teams machen auch einen guten Eindruck. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie es sich anfühlt, aber ich bin ein guter Dinge. Ja. Ja. Werden wir sehen. Ja. Alles klar. Dann sind wir mit unseren üblichen Worten raus. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Ciao, mit au. Tschödelö. Aha. Tschödelö. Sehr gut. Tschödelö.